Hey Leute, willkommen zu meiner neuen Serie Angezockt. Und zwar möchte ich euch in diesem Video das Spiel Seven vorstellen. Das gehört so in die Kategorie Indie, Abenteuer, Rollenspiel. Und zwar werden wir den Meisterdieb Terril spielen, der sich aufgrund eines missglückten Raubüberfalls gefesselt in einem Luftschiff auf dem Weg zur berühmt-berüchtigten Gefängnisinsel Pei befindet. Und wir werden dabei unsere Fähigkeiten nutzen, um uns auf der Insel zurechtzufinden, zu überleben, irgendwie über die Runden zu kommen. Und dabei werden alle meine Handlungen, egal ob positiv oder negativ, Auswirkungen aufs Spielgeschehen haben. Von daher, sowas finde ich immer ziemlich interessant. Ich bin gespannt und mal sehen, wie weit wir kommen. Am Ende gibt es ja nochmal ein kurzes Review von mir zum Spiel. Von daher würde ich mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß und los geht's! Hört ihr an, was die Bürger Pace zu sagen haben? Möglicherweise kannst du etwas Nützliches erfahren. Schauen wir mal. Nähere dich einem Feind von hinten, um einen Angriff von hinten durchzuführen. Ja, macht Sinn. So, winkst euch mal. Since the days long gone, the world has lain in ruins. A great war was fought between the ancients and their adversaries, the demons. Der Konflikt raged für generations. Und als die Züge zettelte, nichts bleibt, als Asch und Böse. Die Kinder der Krieg waren, um über die Spöne der fallen Stadt zu leben, um zu leben. Das war, als der letzte Prophet von Mankind kam. Ein großartiger Mann mit purpose und vision. Sein Name war Drugen. Er wanderte die Welt für Jahre, bis er gefunden hat. Er war die Worte des Ancients. Er hat dann zurückgebracht, um die Warring-Human-Tribbes unter seinem Banner zu verabschieden. Der Vetrall-Empire wurde begonnen. Mit seiner Technologie, Drugen hat seine große Herausforderung um in den Himmel zu gehen. Durch seine Gelegenheit, die Menschheit herausgebracht hat. Er hat die Worte des Ancients. Und eine neue Zivilisation war. Aber die Menschheit hat sich verändert. Sie haben weit weggefallen, von der Licht der Ancients. Sie haben in den Vergangenen, nach dem Vergangenen, für die Macht, ohne die Konflikten. Aber es gibt die Worte des Ancients und die Worte genug zu nehmen. Sie nehmen die Worte des Ancients. Sie nehmen die Worte des Worte des Worte von denen, die bereits gefunden haben. Wenn nur die Ancients können sehen, was sie haben. Nicht jeder ist interessiert in die Worte des Paradies in den Stars. Oder ist das zu verlieren. Die wesentliche Paradiese das will den Oh, geht schon los. Teriel, kommst du? Die Hinrichtung geht beginnen gleich. Joa, dann. Hören wir mal, ne? Ah, okay. Du musst nur die Seilrutsche benutzen, um da runter zu kommen. Na dann. Bewegen, Spurten, Springen und Klettern. Um Gottes Willen. Ähm, ja, das kennen wir alles, um nicht schnell zu bewegen. Bla, Leertaste. Boah, gucken wir mal, ne? So, geh weg. Ich muss mich hier konzentrieren. Oh, direkt gespeichert. Kann ja losgehen. Also, ich muss mal sagen, Grafik sieht schon mal cool aus. Hat echt was Futuristisches hier. Voll abgespaced. Äh, Seilrutsche. Krieg ich grad so hin. Muss ich noch irgendwas machen? Nur so bei ein Drink. Klar. Oh, kann man mit Leuten sprechen? Und das war's? Ah ja, das war ja viel. So, legen wir mal los hier. Wo ist er denn? Das ist die Bar? Das ist ja interessant. Wo ist er denn jetzt? Äh, welchen denn? Das war's. Baustelle. Mach mal. Dumm, dumm, dumm. Du hast Arbeit, du machst. Wir sind nichts. Aha. Und ein Feuerjob, den du machst. Niemand würde dich für peaken. Schau, das ist das gute Teil. Stehlen Taschendiebstahl. Ach, guck mal. Was jeden bestehlen kann. Ich bedenke jedoch, dass es sich hierbei um eine illegale Aktion handelt und dass dies Konsequenzen hat, sollte dich jemand dabei beobachten. Um einen Taschendiebstahl auszuführen, nähere dich einem Ziel, halte E gedrückt und verwende links rechts, um die Taschendiebstahl-Aktien und Tortenmenü auszuwählen. Naja. Naja, 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 du kannst welche Gegenstände dein Ziel in den Taschen habt, bevor du etwas stielst. Um einen einzelnen Gegenstand zu stehlen, wähle den Gegenstand aus und drücke E oder drücke Q, um alles zu stehlen. Jo, einfach mal alles mitnehmen hier. Es erscheint eine Fortschrittsleiste, welche die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Diebstahls anzeigt. Bedenke, dass sich dein Ziel in dieser Zeit umdrehen oder dich jemand dabei beobachten kann. Vergewissere dich außerdem, dass du ausreichend Platz hast. Das wäre auch nicht verkehrt, ja. Wen sollte ich da nochmal bestiehlen? Den dann, ne? Taschendiebstahl. Was hat er denn? So. Tü-tü-tü. Noch irgendwas? Geht, ne? Öppne das Tor. Baustelle bestimmt ist da, oder? Ah, Arena. Wo ist denn hier die Baustelle? Baustelle? Das ist doch eigentlich mehr hier... Hier, Schlüssel haben wir jetzt hier das Ding. Klar. What? Um die Wette laufen? Im Spiel reagieren die Menschen auf deine Aktion basierend auf ihrer Kaste, ihrer Affinität dir gegenüber und des Breis, in dem du dich befindest. In einem öffentlichen Bereich kannst du dich frei bewegen, ohne jegliche Aufmerksamkeit zu erregen. In einem privaten Bereich wirst du als Eindringling betrachtet und die Wächter werden dich bei Sichtkontakt angreifen. Wenn du in einem privaten Bereich betrittst, erscheint ein Symbol, das ein unbefugtes Betreten anzeigt. Wahrscheinlich dieses Manneken mit Durchstrich da. Hey, nicht hier lang. Hallo? Wo ist er denn? Krass, ich habe ihn schon verloren. Ich laufe jetzt einfach mal hier hin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hups. War wohl nicht so gut. Unerlaubtes Betreten. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, gerade richtig ist, aber... Gucken wir einfach mal, ne? Wo ist der Spinner denn jetzt hier? Ich glaube, hier bin ich richtig. Hey, war richtig. Also, Spielzeug eines Bonzen wird nicht schwierig sein. Denn du bist der beste Spotter in der Guilden. Und es ist ein zwei-maler Job. Ein paar Idioten haben versucht es solo, aber... Aber... Die Guilden hat gesagt, dass sie nicht mehr Fehler haben. Es ist zu verabschieden. Die Guilden sagt das, um zu testen Sie. Sie werden ein Coward voting. Wir können das ausfüllen, glauben Sie. Ich glaube nicht, das ist ein Problem. Ich weiß das. Aber prove es zu der Guilden. Mit Ihren Spotter und meinen Faltrücken-Skills, wir können es tun. Ich brauche ein Drink. Geh auf, dann. Sag was ich, du sagst. Und du? Bezeuge dich bei deiner Mission zum Gleiten. Wahrscheinlich brauchst du einfach eine... Oh, guck mal, das ist ein Fragezeichen. Was heißt das? Untersuchen. Hey, untersuchen. Tötet du Verräter. Okay. Ei, ei, ei. Also die Grafik ist schon cool. Fällt mir. Oh Gott. Boah, was geht? Was für ein Geschmätzle. Volles Blutbad. Läuft. Mhm. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Mhm. Mhm. Okay, was haben wir noch? Meine Güte, so viel Aufgeploppe hier. Verschiedene Fertigkeitschips im Fertigkeitenfenster zu installieren. Diese Fertigkeitschips dienen als Plattform zur Installation mehrerer aktiver und passiver Fertigkeiten und ihrer jeweiligen Verbesserung. Jeder Fertigkeitschip unterstützt nicht nur verschiedene Methoden, indem er unterschiedliche Anordnungen von aktiven, passiven und Verbesserungsslots bietet, sondern gewertet zudem individuelle Werte-Buni. Um ein Fertigkeitschip zu installieren, öffne das Fertigkeitsfenster, in dem du K drückst. Wie geht denn das hier runter? Wähle den Fertigkeitschip aus und drücke E über das Untermenü, kannst du den Fertigkeitschip aus der Liste verfügbarer Fertigkeitschips wechseln. Was? Gottes Willen. Deine Fertigkeitschips speichern die daran installierten Fertigkeiten, damit du Fertigkeitschips je nach Situation unterwegs wechseln kannst, zum Beispiel von einem kampforientierten zu einem tarnorientierten Fertigkeitschip. Äh, Nektar. Mhm. Also drücken wir erstmal K und dann gucken wir mal, was der von uns will. Fertigkeitschip des Plünderers. Ich weiß gar nicht, habe ich da irgendwas gemacht? Bisschen Spacey hier. Aha. Slot auswählen. Ah, okay, verstehe. Jetzt habe ich den erstmal gewählt, weil ich den zur Auswahl habe. Wenn ich hier noch andere hätte, könnte ich die hier oder da platzieren. Verstehe. Da das hier ein cooler ist, kann ich den nur da oder da anwenden. Später gibt es anscheinend noch hier irgendwelche. Ja, habe ja noch nicht so viel zur Auswahl. So, wie kann ich denn die hier aufrüsten? Weiß mal gar nicht. Okay. Gehen wir mal da hoch. Ich doch nicht. Oh, wie kann ich das machen? Ich habe keine Ahnung, was sollte ich noch mal machen? Oh ja, passt schon. So, was soll ich noch mal machen? Ja, schleichen ist zäh. Okay, ja, das haben wir auch schon. Oh ja, ich will noch mal gucken. Was war da nochmal? Ah, hier, Seilrutsche und so. Hinterer Garten, das heißt, ich muss da rüber und dann da, so, da und dann irgendwie darüber. Alles klar. Ja, wird schon klappen. Ach, ich hätte da gar nicht runtergemusst. Oder doch? Basisangriff. Im richtigen Zeitpunkt. Aha, Spezialangriff. Bedenke, dass Spezialangriffe den Charakter schneller ermüden als normale Angriffe, okay? Jeder Waffentyp besitzt seine eigene Kombo, seine eigenen Spezialangriffe, Angriffsgeschwindigkeit und Werte. Zögere nicht zu experimentieren und eine Waffe zu finden, die zu deinem Spielstil passt. Also, einfach draufhauen oder so. So, da hinten bewegt sich jemand. Das ist ja süß. Der kommt jetzt, also sollte ich das gerade jetzt hier nicht ausführen, aber jetzt kann ich das machen. nicht gut. Aua. Das hat ja schon mal super funktioniert. Ups, hier geblieben. Dumpdi-dum. Äh. Ein paar Slots habe ich ja, also nehmen wir einfach mal alles mit, ne? Kann ich hinterher bestimmt verticken oder so. Blöd ist nur, da anderes runtergefallen. Aber gut. Aber gut. So, gucken wir mal, ob wir den hier noch halbwegs zu fahrlos. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich denke, man kann die mit einem Ding kaputt machen und für dich. hoch rein. Okay. hoch rein. Einfach mal alles mitnehmen. Kann man die stacken? Ne. Aber ich kann die Sachen tatsächlich anziehen und dann bin ich nämlich nicht mehr so offensichtlich so ein Plünderer. Die hat aber viel Zeug bei sich, meine Güte. Ich glaube, ich bin voll. Hahaha. So. Ziehen wir das Zeug doch mal an. Funktioniert das? Und die andere Werte? Null. Kann ich das anziehen? Gegenstand verwenden. Guck. Dann nehmen wir noch Hütchen. Und dann noch Stiefelchen. Ey. Okay, das ist irgendwie noch nicht ganz so intuitiv hier, das zu wechseln, aber... Ich will das... Hallo? Wieso geht das nicht? Okay, das ist nervig so ein bisschen. Das ist nicht so intuitiv schön. Aber gut, kann ja nicht alles haben. Was habe ich denn für eine Waffe? Polymer Armbrust. Und... Polymer Dolche. Nojo. Ich würde sagen, ich bin fast überladen. Kann ich ja schon fast hier so Zeugs wegschmeißen. Blitzfalle. Schau mal eine an. Naja. So. Jetzt bin ich ja eigentlich eine normale Waffe. Also... ne? Kann man hier noch irgendwelche tollen Sachen machen? Beeren? Beeren? Pflücken? Irgendwas? Was hier so rumleuchtet? Ne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich erkannt werde oder nicht. Ich muss da runter, ich könnte aber auch einfach da hin. So. Machen wir doch einfach mal. Geht das? Oh. Sicherheitskameras. Diese Kameras können eindringen mit ihrem Scan erkennen. Gedeckt wurde, wird ein Alarm ausgelöst und so wird umstehende Wachen alarmiert. Oh, ich glaube das war keine gute Idee. Kameras können auf verschiedene Weise deaktiviert oder gemieden werden. Den Schalter zu finden, um diesen zu hacken. Kameras sind in der Regel über Kabel mit Schalter verbunden. Das macht auch Sinn. Ah, Kabel werden im Sinnesmodus hervorgehoben. Sg Impulsfertigkeit verfügst. Ne, sowas habe ich noch nicht. Guck. Meine Güte hier. So, schon mal einer weniger. Aua. Einfach mal abhauen. Ich hoffe ich regeneriere auch in der Zeit wieder und muss hier nicht so ein Lebensgedöns irgendwie mit sich tragen. Edgy Badge versteckt. Was war denn hier nochmal der Sinnesmodus? Jetzt muss ich ihn nochmal luschern. Guck an. Schicke Karte. Guck an. Schicke Karte. Guck an. 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 Da ist ja eh nur ein Tutorial. Oh hier kann man nochmal gucken. Oh. Das ist ja voll das Paradies hier für mich. Warte das Papier. Guck mal diese Schrottdinger haben Farben. Wahrscheinlich ist das so die Wertigkeit. Das war hier auf jeden Fall bisschen mehr. Komm das nehmen wir mal alles mit. Ich hab zwar keinen Platz mehr aber. Nehmen wir auch alles mit. Nee, Geröll wollte ich nicht mitnehmen. Aber da ist noch eine Kiste. Wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns die aber auch mit. Kettenglied. Schmolzene Kerzen. Ja. Immer mitnehmen. So, wahrscheinlich bin ich jetzt überladen, genau. Zeigt er mir auch an. Also muss ich hier mal Zeugs loswerden. Fünf Fosen mit fünf Leder. Oder so. Wie kann ich denn das hier fallen lassen? Fallen lassen. Fallen lassen. Guck mal, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr überladen. Und zu viel Gewicht habe ich auch noch. Ich hoffe, dass ich diese Slots irgendwann mal alle hier noch nutzen kann. Sonst wird das ja öde. Ah, cool. Oh mein Gott. Das ist viel zu viel für mich hier alles. Ich sehe schon, ich werde ziemliche Probleme bekommen. Ich bin noch ein Jäger und Sammler, Leute. Tut mir das nicht an. Ziegelstein. Komm, das lassen wir mal. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen, nicht? Angelhaken. Ist ja interessant. Wer weiß. Italien, die Cheese-Pulver. Das geht immer. Begrenzt im Nutzen. Na, dann lassen wir das mal. So, wie kriege ich den denn hier möglichst cool? Irgendwie ungenietet. Ah, guck mal. Jetzt hat das mal funktioniert. War ich die eine Male wo immer zu weit weg oder so? Jetzt nehmen wir mal nicht alles mit, weil wir haben ja nicht für alles Platz, nicht? Wasser. Wasser ist gut. Was auch immer man das braucht. Ah, habe ich gerade getrunken? Kann das sein? Das ist aber was Schönes. Ah, da sind die Sicherheitskameras. Ablenkungen in den Sicherheitsraums. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Kann man hier die Perspektive irgendwie mal ein bisschen ändern? Also schleichen wir hier einfach mal lang. Oh, guck mal, wie sich die Blätter bewegen. Schöne Effekte, muss ich sagen. Zack. So, da ist jetzt jemand. Huah. Eigentlich müsste ich die noch jetzt hier mit so einem Kombo-Angriff zack bängen und kaputt. Komm, versuchen wir mal. Keine gute Idee. Oha, oha, oha. Jetzt kriege ich aber einen auf den Sack, ey. Oha, ich bin gleich hinüber. Gehe hinüber. So war jetzt nicht ganz so, wie ich es geplant hatte, aber mein Gott. Ich bin halt mehr so, auf geht's, ne? Guck mal, kann man essen, glaube ich. Was haben wir hier noch? Der raucht wahrscheinlich. Guave. Auch meins. So, jetzt gucken wir mal. Hier, Heilung oder sowas brauche ich hier? Das ist gut. Äh, das wollte ich. Wie benutze ich den denn? Verbrauchen. Boah. Geht's mir doch gleich viel besser. Geh hinüber. Geh hinüber. Noch ein eliminiert. Menschenfleisch. Ja, nee, läuft. Boah, was? Ich kann davon plus zwei kriegen. Ja, komm. Hau rein, ne? Kann ich das gleich irgendwie nutzen? Boah, das ist ja widerlich. Wie ihr, das bringt mir hier nichts. Boah. Hm, schade, man kann das nicht direkt nehmen. Ja, hier, komm. Was haben wir hier noch? Wasser. Er löscht aber den Durst. Ich hab Durst? Aha. Na gut. Gucken wir mal. Wahrscheinlich muss ich da hoch, oder? Hm. Komm ich denn da noch anders hoch? Wieso hochklettern zum Beispiel? Stimmt, oder? Versuchen wir es doch gleich mal. Süße. Klettern ist alles. 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 Muss ja nicht immer der direkte Weg sein. Wow. Ja, wie denn, du Schlitzohr. Aua. Mensch, und Kinder, ich hab keine Zeit auf sowas hier. Ah, nein, ich brauch auch keinen Alarm. Geh mir vom Acker hier. Kabel muss ich durchschneiden. Wie mach ich das denn am besten? Wo komm ich da oben hoch? Oh, cool. Zack. Komm rein. So, wie schnüppel ich das Zeug jetzt hier durch? Okay, das mit den Schleicherangriffen habe ich noch nicht so raus, aber mein Gott. Okay, ich hab schon mal ne Schlüsselkarte, aber ich weiß immer noch nicht. Jetzt bedient er sich. Okay, da hat das funktioniert, aber fragt mich jetzt nicht, Leute, wie ich das genau gemacht hab. Das war jetzt nicht so. Schlüssel, das ist gut. Den brauch ich. Der Rest ist mir jetzt mal egal. Oh, Leute, ich kann hier alles mögliche mitnehmen. Echt jetzt? Boah. Das ist ja hier viel zu kleiner Rucksack. Viel, viel zu klein, ja? Hätte ich das schon mal festgelegt hätten. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich jetzt hier das Ding hier neutralisiere. Was kann ich denn hier machen? Ah, verwenden. So, was macht man? Das hab ich. Sicherheitssysteme. Ja. Scherzkeks. Bin ja sogar hier. Also, ich bin hier schon richtig, aber... Drücken wir mal Q. Was sagt uns Q denn? Q sagt, da ist was. Da sind Drähte. Da sind Drähte. Da sind Drähte. Aber wo führen die nochmal lang? Da. Draht. Ah, deswegen war das. So, ähm. Hacking. Ah, okay. Äh, deine Herausforderung abschließen. Bei einer der Herausforderungen hast du eine begrenzte Anzahl an Versuchen, um die richtige Zahlenkombination einzugeben. Bei der anderen Herausforderung musst du mit deinem Rechteck auf die andere Seite des Bildschirms gelangen, ohne dabei die roten und schwarzen Rechtecke zu berühren. Aha. Die Zeit wird während der Herausforderung angehalten, doch wenn du eine Aktion durchführst, wie zum Beispiel das Ändern einer Zahl in einer Kombination oder dein Rechteck bewegst, wird die Zeit weiterlaufen, wodurch du von jemand beobachtet werden kannst. Ohne dabei die roten und schwarzen Rechtecke zu berühren. Ähm. Ähm. Gehen wir mal los, ne? Das muss ich machen. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist, aber. Ziel aktualisiert, spügel gespeichert. Okay. Dann hab ich das wohl mal deaktiviert. So, wo muss ich nochmal hin? Ups. Ähm. Ne, 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 ne. Auf sowas hab ich jetzt hier keine Lust. Guck mal an. Da hat das funktioniert. Irgendwie muss man hier Tasten gedruckt halten und so. Heilgebräu. Das ist... Nehmen wir mal mit. Ah, der hat noch eine andere Waffe hier. Außergewöhnliche. Oh, das ist wahrscheinlich viel zu schwer. Hab ich eigentlich eine zweite Waffe? Glaubt nicht, ne? Nehmen wir mal mit. Ich weiß, ich bin überladen. Aber, dann können wir das eine oder andere hier mal wegschmeißen. Da ich das Zeug ja habe. Boah. Jetzt weiß ich echt nicht, wo ich hin muss. Ähm. Karte. Map. Der Auftrag. Da muss ich hin. Kann man das nicht hier irgendwie markieren? Wo komm ich denn? Äh. Hier bin ich muss da rüber. Überladenbar. Ich kann mich ja eigentlich nur fallen lassen, ne? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ne, ich bin schon richtig. So, wir haben ja keine Zeit. Komm ich nicht gerade von da? Nur mal so. Kommt mir so bekannt vor. Ja, ne? Ey, wieso lebt der schon wieder? Hat er die nur erst neutralisiert? Nervt mich nicht. Ich bin hier gerade dabei, einen wichtigen Auftrag durchzuführen. Okay, das war eine Wache. Wache. Zack. Bin weg. War das gut? Ach so, ich bin der obere, weil ich der untere. Ich gucke mal auf den da unten. Ach, total irritierend, wenn man so die gleichen Klamotten anhat. Hatte ich den Schlüssel nie erst schon mal? Ich bin jetzt zweimal. Naja, kann ja nicht schaden. So, auf geht's. Ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Oh Leute, ich kann ja alles mitnehmen. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Nicht, dass man das jetzt alles gebrauchen könnte, aber... Ich kann ja prinzipiell immer alles gebrauchen. Guckt euch das an, ey. Oh, also ich kann wissen, was davon jetzt wichtig ist und was nicht seltsames Gerät. Kann bestimmt mitnehmen. Nadel. Oh, das finde ich gut. So, dann lassen wir das da auch mal, ne? Hier haben wir noch ein bisschen was. Das Benzin geht immer. Jo. Molotovs und so. Fiespulver hatten wir auch schon mal. Rostiger Nagel, was kann man damit denn? Ah ja, kann ich mir vorstellen. Ja komm, nehmen wir mal alles mit. Ich glaube, ich habe das eh schon. Also, das verbrenne ich dadurch jetzt eh nicht. Äh. Da ist eine Spinne, Leute. Guckt euch das mal an. Na, sieht man gar nicht so. Aber wie ekelhaft ist das denn? Wie komme ich denn hier unentdeckterweise mal weiter? So. So kann ich hier nicht. Das war die falsche Taste. Eigentlich wollte ich hier irgendwie anders weiterkommen. Aber ich glaube, ich habe mich hier gerade ziemlich ins Abseits manövriert. Boah, die Kamera-Perspektive ist doof. Ich hätte gerne jetzt den Kopf so leicht geschwenkt. Ich glaube, ich bin genau falsch gegangen. Aber hey. Was soll's. Ich matsche. So, da ist jetzt gerade einer. Der kommt aber gleich wieder. Und dann kann ich nämlich doch rüberschleichen. Boah, beweg dich, ey. Kann ja nicht sein. Ich bin genau in die falsche Richtung gelatscht. So. Mal schnell hier drin verstecken. Ich glaube, ich muss da rein. Kann das sein? Okay. Ist das das Tier, was ich da... Mhm. Cypher, ja. Ah. Der positioniert sich jetzt da unten. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Aber... Was geht denn ab hier? Ich bin voll die Wachen. Jetzt zieh dich. Zack. Ich weiß nicht, muss ich da rein? Muss ich hier irgendwas anderes stehlen? Mein Gott. Ich würde ja eher denken, dass es hier ein Tierchen drin ist oder so. Alter, lass mich hier bloß in Ruhe. Und verstecken. So, die können sich dann jetzt mal an der Spinne da auslassen. Ich wusste, ich hätte da nicht rein gesollt. Jetzt giftet die da aber rum. Was voll und cool ist. Und erschwert mir so ein bisschen das Arbeiten. Da sind noch mehr Spinnen. So, wie komme ich denn jetzt? Da sind Kisten. Ich gehe einfach mal nach da oben irgendwie hin. Der Typ gefällt mir da aber nicht. Und ich komme nicht an denen vorbei. Jetzt kommt mir hier auch noch einer entgegen, wahrscheinlich. Vielleicht sieht er mich ja gar nicht. Wie der, der sieht mich auch nicht. Einfach mal. Ha. Hopp. Irgendwas. Irgendwas. Wurde jetzt Alarm ausgelöst. Geh kaputt. Ich habe keine Zeit für sowas. Kann man hier noch irgendwas machen? Monsterfleisch. Oh, guck mal. Das bringt ein bisschen mehr. Nehmen wir doch gleich mal mit. Was haben wir hier noch? Wasser. Wofür auch immer man das braucht. So, das ist auf jeden Fall ein Typ. Die ist eine Spinne. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich nicht auch irgendwo nach oben klettern? Wahrscheinlich nicht. Da ist jemand, aber ich sehe ihn nicht. Wird schon wieder Alarm ausgelöst. Au. Keine gute Idee. Ich verfolge mich doch jetzt nicht, oder? Geh kaputt. Au. Vielleicht soll ich das Taler mal mitnehmen. Oh. Der Melkisel. Mhm. Geh kaputt. Zitrusfrucht Ob was Gutes Und hier haben wir noch Gar nichts Okay Ja, schleichen kann ja jeder, ne? Aber Ich glaube, hier bin ich richtig Ah, jetzt weiß ich wieder Irgendein Artefakt sollte ich besorgen Genau, was davon Mhm So, dann gucken wir mal Entdeckung, wo habe ich denn eine Entdeckung gemacht? Ah Das komische Teil da Ah, mehrere Kann man hier auch was untersuchen Und mitnehmen und plündern? Leute Okay, Standardwährung Naja, gut Dann kann ich es ja mitnehmen Äh Einzelne Socke Geheimnis Sonst bitte Na ja Dachte, jetzt habe ich hier das geile Zeug Zeug Was ich hier mitnehmen kann Pfff Cool Lose Zähne Jawoll Warum sollte ich das nochmal mitnehmen? Sind noch andere tolle Dinge? Hier, der Schrank zum Beispiel Genau Da muss doch jetzt hier Voll das edle Zeug drin sein Elegante Hose Guck an Die nehmen wir mal mit Wahrscheinlich bin ich gleich überladen Grenzenlos Lippenstift Machen wir mal weiter Geheimdurchgang Okay, es ist also immer noch nicht Boah, die Steuerung hier ist jetzt aber in dem Modus Ein bisschen schwierig Ah, das Buch Ah, na Mensch Dummdi-dum Natürlich sind dort Wachen und alles mögliche andere Gedöns Da will ich hin Und da oben Sind Kameras und so ein Gedöns Äh, ja Wie soll ich da Die wegkriegen? Kann ich da überhaupt hochklettern? Ah, jetzt bin ich hier unten Kann ich hier hochklettern? Kann ich nicht Bin ich da durch? Ja Ah, guck Da sind's Hi, da ist eine Spinne Und die lebt Okay, Leute Tut mir das hier nicht an Spinne Mittelmäßig Super Da ist auch noch eine Spinne Und hier hängt natürlich auch noch einer Boah, wer hat sich den müsste einfallen lassen? Wieso kann ich das hier nicht kaputt machen? Hier, kaputt I Ne, geht nicht Ja, dann würde ich mal sagen Auf ins Getümmel, ne? Ah Ah, okay Das ist ja schon mal ein lustiges Spiel hier Geschafft So, also die Alarmanlagen sind schon mal ausgeschaltet Die Frage ist jetzt nur Wie komme ich an das Gedöns Ohne dass die Spinnen mich Halt machen Ducken wir uns mal Muss das so? Ohne Ohne Schaff The anciens My head You're on an Imperial Zeppelin What? Who said that? Calm down, human My name is Artanak Wait Are you in my head? Of a manner of speaking, yes You passed the test So I have possessed you Oh shit You're a demon This is insane You reached the cipher And survived the bonding process That makes you useful To the Vettral Empire Always an honor To be manipulated By the Empire Emperor You're kidding, right? This just gets better and better We're traveling to the prison island of Peh To find someone Oh fantastic I've heard great things about Peh Will I get the opportunity to leave at any point? Of course If you do as I say Think of it as an incentive So Das ist unser Luftschiff Auf dem wir sind Und es geht schnurstracks Zur Gefängnisinsel Peh Ja Leute Das soweit dazu War das Tutorial Beziehungsweise die Demo Erstmal dazu Ich fand's tatsächlich ganz amüsant Also wenn man jetzt noch ein bisschen Den Trick raus hat Mit den ganzen Combo-Angriffen Dann glaube ich Ist das eine feine Sache Also Grafik finde ich cool Auch die Karten Sind niedlich gemacht Von den Gegnern her Das ist alles soweit machbar Wie gesagt Wenn man sich jetzt nicht gleich so Wie ich zum ersten Mal so anstellt Ist das denke ich alles Keine große Sache Also mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht Ich würde mir das Spiel kaufen Wenn's nochmal im Angebot wäre Weil jetzt 30 Euro dafür hinwettern Muss ich gestimmen Ist mir tatsächlich zu teuer Aber kommt mit Sicherheit Demnächst mal wieder im Angebot Von daher Von meiner Seite aus Bestimmt einen Kaufwert Ich bin Ja Würde mich freuen Auf euer Feedback Ich weiß ja nicht Vielleicht hat der eine oder andere Von euch das Spiel Ja auch schon mal gespielt Schreibt's gerne in die Kommentare Was euch gefällt Oder auch genau nicht gefällt Ich hab auf jeden Fall gehört Es soll einige Bugs geben Was natürlich für das Spielgeschehen Eher suboptimal ist Aber so Von meiner Seite her Finde ich es eine coole Sache Und Ja Das war das Spiel Seven Zur Serie angezockt Ich hoffe es hat euch gefallen Mir hat's auf jeden Fall Eine Menge Spaß gemacht Ja ich würde mich über ein Like freuen Wenn euch das Video gefallen hat Und ja auch wenn ihr meinen Kanal abonniert Um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein Wenn ich wieder ein neues Video hochlade Also dann Eure Bora Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe es hat euch gefallen